Herzlich Willkommen liebe Freunde zum Internationalen Tag der Völkerverständigung oder einem neuen Let's Play Daisy, mit dabei am Start ist der Robin Guten Tag Mein Echo Hallo Und Freunde aus Luxemburg Stellt euch mal vor Mein Name ist Tom Kethisch und ich bin aus Luxemburg Für alle die nicht wissen wo Luxemburg oder Luxemburg ist, das ist der kleine Fleck der so neben Deutschland liegt Neben Deutschland und Frankreich Genau Der kleine nette Fleck, also Ketchup Okay, wir haben uns einen total leeren Server ausgesucht, der ist dank uns jetzt voll Und ja Jetzt machen wir noch eine Ingame Anmoderation für unsere toten Freunde, die gleich kommen Ähm, ich geh runter mit der Magnum, lass du mich kurz runter Viel Spaß, ja, genau Also, wenn ich das jetzt sagen darf Robin, hast du noch genug dabei, dann gebe ich dir ein Headdy Das bin ich, nicht Das bin ich Oh fuck Ich hätte schon fast gekracht Also, ich will ja nichts sagen, aber meine Hose fühlt sich nass an, steht hier Ja, meine auch Ja, da ist ja auch unter dir ein Fleck, also das liegt wahrscheinlich an Adrenalin Also, psst, ich will jetzt hier keine Schleichs mehr machen Aber ihr könnt mal auf meinem Kanal gucken, ist zwar luxemburgisch, aber auch cool De Ratzdaar Psst Ist dann unten verlinkt für alle, die das jetzt nicht verstanden haben Ja, genau Tut mir leid, ich bin nur schlimmer so, wenn ich ähm Jo, also unten ist safe, ist keiner im Haus, außer wir Jo Okay Wir müssen jetzt taktisch denken Oh mein Gott, wer ist doch schön wieder einer reden Das ist Wengländer Ähm, die sind direkt vor Ja, aber direkt vor der Tür Will ich auch sagen Aber der hat gesagt, der hat aber irgendwie auch gesagt, und shoot me Nein, ich erschieße den trotzdem Der hat irgendwas von Friends gesagt, hab ich verstanden Ich erschieße den trotzdem Ich erschieße den trotzdem Wo, welche Seite? Hi, dude Wo denn, wo denn, wo denn? Oh, hier hier I'm fine, dude Das ist Ben, unser Englisch-Korrespondent Ich kann tote Menschen hören Frage ihn, wo er herkommt, wenn er sagt, er kommt aus Portugal sofort abschießen Ich schieße die Hintertür Ähm, hi man, hi man Hi Hi Okay, ich glaub einer ist ja in der Hintertür Nein, das bin ich, das bin ich, das bin ich Da kommt aber noch einer Ich bin draußen, ich bin draußen, ich hab mit dem geredet Okay, du bist ja gerade reingelaufen, okay Ja Der kommt mal, äh, Haus wechseln in so ein Hochhaus, wo man besser Ich schieße den jetzt ab und sag, ich hab gedacht, es war ein Zombie Ich erschieße den jetzt auch Nein 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 Wieso nicht? Wir fragen, wir interviewen den jetzt erstmal, wo der herkommt Wenn der alles gesagt hat, dann erschießen wir ihn Nein, wir sind Nein Nein Nein, wenn wir die Luxemburger erschossen hätten, wären wir jetzt auch nicht hier Wir sind nett Also Das sind keine von uns, oder? Ganz ehrlich, das da kann auch ein Spion für eine größere Gruppe sein Das ist nicht Genau Deutsche sind Freunde, kein Futter Wer rennt da mit dem Helm so gestört? Das ist der Das ist der Engländer Das ist der Engländer, glaub ich Ja Das ist der Engländer, glaub ich Stopp! Er sagt stopp Mr. Eisenhower, stopp Jetzt ist er weg Ja Are you in Englisch, Mann? Er ist oben, er ist oben, er ist oben Warte, ich glaub ich hab noch was gesehen Where are you from? Äh Jungs England hat gestern verloren Ja, genau Wer What about Where are you from? I'm from England 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 Yeah, England it's big I'm near I'm near Ähm Manchester Ah, okay You like football? I like football? Wenn er jetzt sagt England ist seine vorfocussierte Mannschaft, schießt man ab What's your favorite football club? My favorite football club? Ähm Mount City And from From Was heißt ein WM? I I think German Right? German Right?! A Bigger five we can I hit it still. No leave it että oh Der ist abgehauen. Er hat zwei Zombies an der Backe, wir können ihn loslassen. Wo seid ihr da? Folgt mir mal unauffällig. Okay. Wir lassen ihn leben. Ich bin auf dem Weg. Wir machen das anders, wir machen jeder Schuss einen Russ, jeder Stoß einen Franzos. Das haben wir gerade als Thema in GL. Ey bitte, ein bisschen unaufmerksamer wenns geht. Wie lauft ihr denn hier rum? Yo, Weapons are high. Einfach in ein Hochhaus reinkommen, kommt Leute. Mit Taktiker hat das nicht viel zu tun, das sieht aus wie Kanonenfutter. Flash ist Hochhaus. Ja, das hier. Das blaue. Das ist doch kein Hochhaus, ist doch nicht hoch. Ne, das nehmen an das. Ja, das nehmen an das. Okay, der Typ ist weggelaufen. Was ist mit Thomas Sonderlust? Also einer ist bei mir. So, ich bin auch jetzt da. Ich bin da, ich bin da, ich bin da. So, jetzt hoch, alle beide. Boah, ne Axt. Nein. Boah, ich schade ihm noch was mit. Mach unten Tür zu, mach einer unten Tür zu noch. Ey Munition. M4? Ne, Shotgun. Oh, da liegt was Süßes. Das war ich, Entschuldigung. Kann mir aber einer sagen, dass ich die ganze Zeit ihm geben quatsche? Das war ich, Entschuldigung. Ne, das war ich? So. Ähm. Okay, wir gehen noch höher. So, ich hab unten die Tür im Auge. Wir könnten auch aufs Krankenhaus gehen, da hätten wir vielleicht eine bessere Sicht, ne? Okay. Ja, ein bisschen leichter Kanonenfutter. Du hast ne Tür im Auge? Ja, unten die Tür. Ja, okay, das tut ein bisschen weh mit der Tür im Auge. Okay. Oh, es geht. Der Chef, der passt immer aufs Hintertischchen auf. Okay, wieder runter, wieder runter. Bahn ist frei. Weißt du was, wir stürmen jetzt und erschießen einfach jeden. Habe ich jetzt noch nichts drauf? Du kannst nicht, du kannst nicht fünf, du kannst nicht fünf, Du kannst nicht fünf Folgen diskutieren, wie wichtig das doch ist, dass man, äh, Völkerfolge und dann gehen wir erschießen. Das ist, als würde man unter dem Let's Play schreiben, die unterstützen den Kickler. Das ist wieder ein Spieler. Ah, da ist er wieder, unser Engländer. Ah. Wo, 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 wo? Hinter dem Gebäude, er kommt jetzt auf die Hauptstraßen. Amen. Okay, den darfst du erschießen, weil der ist abgehauen, ohne uns zu sagen, dass er Deutschland mag. Okay, das mach ich jetzt wirklich. Ja, Feuer frei. Wo ist denn der? Vielleicht. Das ist etwas kleinere, seine Pistole oder so, ne? Na, was ich sagen wollte, das ist so, als würde man sagen. Ja, unterstützt den Entwickler und kauft euch das Spiel, wenn es euch gefällt. Und es selbst illegal gedownloadet haben, ne? Ja, oder sagt, und ladet es euch illegal runter. Wo seid ihr? Ich bin jetzt schon im Haus. Neben dem Haus. Achso. Neben dem Haus jetzt. Wo ist denn der Engländer? Nein, da ist auch nur einer. Wir können's jetzt mal mit Taktik versuchen. Das war die Idee, wir brauchen aber einen, der ansagt. Wer rennt denn da oben überm Busch? Das bin ich. Ja, also das war jetzt nicht so. Das war unser Taktiker. Ich such den Engländer. Nee, der ist auf der anderen Seite. Der ist weg. Der ist schon über alle Berge. Ja, okay. Wer ist Anführer? Ihr könnt einen wählen. Meld mich freiwillig. Ich wähle den Busch. Ich wähle den Busch. Ich hab mich freiwillig gemeldet. Frag mal den Engländer, vielleicht macht der eins. Du kannst, du kannst den Luxemburger nicht vorschlagen, dass der Führer ein Deutscher ist. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Das hat genau... Das haben wir schon mal vergeigt. Ich glaube... Wer hat die meisten Spielstunden, Daisy? Boah! Also ich bin mal eine Woche in Urlaub gefahren und hab's Spiel angelassen. Zählt das auch? Nein. Also... Also ich hab... Moment. Ich hab... Moment. Ich hab... 181. Okay. Ich... Ich und Songki sind schon draußen, weil wir haben nur ein paar und 40. Äh... Ja, doch. Okay. Dann würde ich sagen, dann bin ich mal so nett und spiele den Anführer. Okay. Wir sind zu wie viel? Zu 5. Äh, 5. Zu 5 sind wir. Okay. Ich würd mal sagen, wir kämpfen uns jetzt runter. Nicht kämpfen, wir schleuchen uns runter in die Stadt. Überprüfen die Hochhäuser. Und dann steigeln wir mal auf so ein Hochhaus und halt ein bisschen aufschauen, ne? Mhm. Okay, alles klar. Okay, wenn ich sagen... Können wir ein bisschen... Können wir ein bisschen an lilanen und blauen Häusern vorbeilaufen, weil dann seh ich getarnt aus. Also ich würd sagen... Es rennen jetzt mal zwei rüber, wir hatten den Rücken von hier frei. Und wenn die dann safe rübergekommen sind, dann kommen wir rüber. Ja... Auch nicht kämpfen. Ja. Ich bin schon im Krankenhaus. Ja. Das weiß ich. Wir machen Squad Alpha, das ist dann der Ben und der Mike. Und Squad, äh... Beta. Beta, ja. Das ist jetzt scheiße. Und Team B, die ist dann der Chef und der Robin und ich bin dann der Lone Wolf. Okay. Alleinige Arschloch. Ich bin dann mal rüber, ne? Alleinige Arschloch. Okay, los rüber. Okay, ich bin oben im Krankenhaus, ich geh um aufs Dach. Ich bin im Busch. Wie soll ich denn im Krankenhaus? Wer ist denn hinter mir? Die Taktik funktioniert wunderbar. Ich wollte aufs Dach, damit ihr ein bisschen safe seid. Okay, wir gehen jetzt, äh, ganz taktisch zum Krankenhaus. Durch den Draht. Oh ja, durch den Draht. Und wie gesagt, bei Fallzichtung Bescheid sagen, friendly zweimal rufen oder einmal rufen, wenn er nicht antwortet, kommt er einen Schuss durch die Augen. Und wenn der einen Helm auf hat, also einen Helmhut hat? Dann einen Genickschuss. Okay. Durch die Augen. Äh, ein Helm nützt noch nicht viel, glaub ich. Der hilft nur gegen den Schläger. Ja, ja, nur da treffe ich nicht durch die Augen. Oh, übelster Ruckler, okay. Hey, mach die scheiß Tür jetzt auf. Das kann doch nicht sein. So, okay. Und ins... Können wir mal ins Krankenhaus, ein bisschen Ausschau halten. Da sind Spieler, da sind Spieler. Wo ist der Engländer? Wo ist der Engländer? Der ist eben weggerannt. Oh, der nächste, der den Engländer sieht, Schuss in den Kopf. Oh, der hat jemand geschossen. Ja, ich... Ich hab... Manche, ich dachte, ich hab den Engländer erwischt. Ach, der auch mal Engländer? Ich bin dafür, den nehmen wir die Waffe weg, der kriegt nen Büchsenöffner. Den erschießen wir erstmal. Nein, du kriegst nen Dosenöffner, du schießt ja dauernd. Niemand von euch binoculars, diese Ferngläser. Nee, leider nicht. Jeff, hast du welche? Jo, ich kann dir jetzt lieber geben. Ich mach das jetzt ganz taktisch durch die Tür. Jeff, wo bist denn du? Nee, warte. Ich bin mal hier oben, du. Okay. Geh mal einer die Treppe ins Visier nehmen, wenns geht. So, hier. Oh, die liegt da irgendwo. Oh, wow, irgendwo. Die liegt... Achtung, jetzt mit Abschussrampe und... Na, na, na. Geht nicht hoch. Okay. Oh, ich mach die... So. Oh, oh. Oh, oh. Äh, Sonke, du bist da so leicht auf dem Rand. Und? Ist... Ich hab jetzt... Oh, oh. Oh, oh. Ich war da gerade sehr auf dem Rand. Ich hab grad R. Kelly gespielt. I believe I can fly. Oh. Gib mir Bleckung. Bleckung, ne? Bleckung, ne? Bleckung. Ey, was läuft jetzt mit dem scheiß Fernglas hier? Verdammt. Stille. Okay. Stille, dass man einen Russenfurzen hört. Da unten ist ein Brunnen. Ja, den zählen wir, also wenn da jemand ist, also voll feuerfrei. Genau, das ist mein Wasser. Also, es sieht relativ safe aus bis runter nach Lombomil. Ich würd sagen, wir gehen jetzt zum zweiten Supermarkt. Ich würd sagen, wir gehen erstmal zum Brunnen, weil ich bin wieder mal extrem durstig. Ah, okay, dann machen wir zum Brunnen. Da steht einer und guckt auf uns runter. Wo? Ungefährlich. Wenn du jetzt hier rechts an der Leiter vorbei guckst, oben bei den Hörern. Ja, das ist ein... Ich glaub, das ist ein Zombie, ne? Ja, das ist ein Zombie. Sag dich, guck mal. Okay, warte, ich wink. Warte, ich wink ihm. Mal gucken. Ich wink ihm. Hallo, Zombie. Das ist ein Zombie. Ja, das ist ein Zombie. Nicht schießen. Oh, Mann. Ne, sind eh mehr als... Lol. Sind eh mehr als 300 Meter. Äh, hallo, ich wollte da, hallo, ich wollte einen Vorschlag machen. Hallo, hier, ich, ich. Ja, du hast du. Leck los. Durst. Okay, gute Idee. Hurra. Ne, das ist schlecht. Ich spiel. Okay, dann... Lauf mal runter. Ich kann mich umfahren und vorne gehen. Ja, sehr gut. Oh! Mach das doch nicht mit mir! Oh, das ist ja schlimmer wie Daylight. Äh... Okay, wir kommen da nicht vorbei. Das ist schlimmer. Wie, da oben? Das sieht geil aus, der Stau. Mach mal weiter. Das war's fürs Let's Play. Oh, natürlich hab ich jetzt kein einziges Foto gemacht. Scheiße. Bin durch. Okay, jetzt geht's. Stau aufgelöst. Robin, das wissen wir. Was denn? Dass du durch bist. Piu! So. Dann mach ich jetzt mal auf zum... Wie gesagt, ich hab mich jetzt dann schwer aufs Maul gelegt. Also, bitte. Genau, taktisches Trinken. Taktisches Trinken. Taktisches Trinken. Ah, Griff! Lass nichts vom Wasser übrig. Hinterlasst verbranntes Wasser. Nein, das kann ich nicht bringen im Let's Play. Nein, nein, nein. Alles Spaß. Das ist... Das ist gut, damals nur in Luxemburg gesehen wird. Hm, genau. Dann heißt es wieder... Ähm, der Brunnen ist da, ne? Irgendwo. Hier hinten dran, ne? Da ist er. Ah, ich dachte, die haben ihn umgebaut. Nee, noch nicht. Ich mach jetzt mal ein cooles Foto hier, damit ich wenigstens eins habe. Vom Brunnen? Vom Brunnen? Wir suchen den Brunnen. Der müsste hier sein, ne? Ich weiß nicht. Wer hat einen roten... Ach, da seid ihr okay. Nö, der ist er nicht. Wo wollt ihr denn hin? Ich bin nur noch hier vorne. Wow. Der Brunnen ist da hinten. Da ist ein Zonkey? Das hab ich gehört. Ach! Guck mal, Claudia ist dabei. Ja, hier. Hallo, Claudia. Wozu Teufel seid ihr? Wir sind hinter dir. Hallo, Claudia. Geh weg von mir, böse Kuh. Okay, warte, da kommt noch ein Zombie. Ich glaub, es ist... Ah, da seid ihr ja. Ja, das ist Claudia. Ich hab die letzten sitzen lassen, das nimmt die mir heute noch übel. So, ein schönes Foto hier gemacht. So, warte, erstmal Claudia verscheuchen. Äh, Zombie. Wo ist die Alte, ey? Knall die ab. Hau ihr auf den Fretter. So, schön. Okay. Das war Robin Wetten? Nein, ich hab mich geschossen. Ne, ich war das. Okay, dann ist okay. Ach, dann musst du ja es ja tun. Save mal die Straße. Ja, nicht die Straße, auch von hinten wieder mal, ne? You have, you have, you have erfolgreich den Brunnen leer getrunken. Komm schon, trink, 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 brüderlein, trink. Ich frag mich, wo diese ganzen 40 Spieler da sind. Ja, Lambron. Das ist gerade schon auch noch mal. Die wäre also, die Hotspots, die ich jetzt vom letzten Mal, vom jemanden, den ich kam, der der ankamte, gesagt bekommen habe. Also, sie sind, zum größten Teil sind sie jetzt in Bericino und was war das andere Chef auf dem Elektro? Er fehlt, ja. Aber Elektro ist schon lange nicht mehr los, ey. Ja, dann erobern wir Elektro. Wo seid ihr? Wo seid ihr? Wir sind am Brunnen. Ja, wo am Brunnen? In, äh... Boah, der kommt schon wieder mal einer? Die eine Folge ist jetzt schon fast gelaufen, ne? Nur vom Trinken hat's gehandelt, ne? So, sind wir denn fertig, oder? Wer ist hier ins Graue Haus gelaufen? Ich fragen. Ah, ok. Ich wollte nur sagen. Nicht fragen, einfach schießen. Wenn der nicht sagt, ich laufe ins Graue Haus, einfach schießen. Chef, wo bist du? Ah, da. Ich bin hinter dir, ne? Ja, liegt da. Warte, ich wüsste jetzt. Ah, so. I'm friendly, I'm friendly, I'm friendly. Wir sind die grüne Rucksackbande. Ey, ich hab roten. Erschießen. Du hast ne rote Jacke. Nicht erschießen. So, dann würde ich sagen, dann... Auf, auf! Und davon. Nee, noch nicht. Boah. Warte, da ist noch einer im Essen, ey. Ey, wenn uns einer beobachtet, erst rennen alle raus, dann rennen alle rein. Das sieht taktisch aus. Ey, lass den mal einsperren, lass den mal einsperren. Der hat's nicht verdient. Die anderen schicken Bambis vor und wir... Äh, ich steh da auch mitten am Mauer vorsprung. Äh, tschüss! Ich würd' sagen, wir gehen runter zu den Hochhäusern. Jo. Das ist auch geil, wir gehen runter zu den Hochhäusern. Wo seid ihr denn, Alter? Jetzt hätte... Jetzt hätte noch so ne Grille im Hintergrund gefehlt. Genau. Ah, schade, ich hab grad nicht Instant Buttons an. So, und ich beende hier mit meiner Folge. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. 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 Hey, hier ist so ein Typ auf K, ich kommt den erschienen. Also Leute, ich würde ja nicht sagen, aber ich find's hier echt chillig. Oh je. Wunder werden wir wieder bei einer weiteren Folge von Let's Play Lazy. Die letzten Folgen sind ja bekannterweise auf Deutsch jetzt, da wir mit Deutschen zusammen spielen im Moment. Aber das ist gerade so cool, denn je mehr Leute, desto mehr Fun. Und viel Spaß schon zu sehen. So, also können wir jetzt endlich mal weitergehen, ne? Ich muss kacken. So. Der muss noch trinken. Der Anführer sagt. Warte, ich muss kurz kacken. Gibt's am Busch? Na hier, im Haus. So, das Papier. Der ist noch am trinken. Warte, er kommt jetzt. So. Er kommt jetzt. Ich würde jetzt nicht reingehen, es riecht unangenehm. So, was hat denn der Engländer uns doch hier gelassen? Ich bin grad am Supermarkt vorbei. Habt ihr den erschossen? Nö. Ich hab's versucht, der ist aber ausgewiesen. 45er Munition. Und? Komm mal. Seid ihr gerade noch einen Berazino? Ja, ne. Wieso Berazino? Wir looten grad. Ich erschien den Zombie. Was lootet ihr gerade? In den Supermarkt. Ähm, sag erst friendly zum Zombie. Na, zu spät. Oh, das war zahrend. Gut, dass ich mich fragen. Da kommt noch einer hoch. Du hast ihn mit dem Pupo geschossen. Der für'n Stahler. Der für'n Stahler. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Da ist einer. Ah, ne. Ist ein Zombie. Boah, Alter. Der kam so komisch angelaufen. Herzinfarkt-Risiko hier. Das macht der immer. Manchmal sagt, das ist ein Zombie. Seid ihr noch im Supermarkt? Nein. Seid ihr nicht. Würde ich aber manchmal gerne. So, laufen wir mal zum Supermarkt. Den Hochhäusern. Wir müssen jetzt mal ein bisschen aufpassen, denn... Könnte mal einer auf die Hochhäuser schauen, ne? Auf den hier vorne sind keine. Wir könnten aber... Wir könnten uns aber hier drauf legen. Wo seid ihr? Mal rüber gucken. Auf den Weg. Über die Straße. Da... 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 Äh, was? Und... Ich habe meine Squatties verloren. Ich bin allein! Und bei den Hochhäusern. Allein... Bist du schon? Ja. Wie, du bist bei den Hochhäusern. Hinter euch sind Zombie, Jungs. Ja, ich weiß. Ich seh den. Boah, du Scheiße. Das war ein schöner Schuss. Ihr seid doch Cheater. Ich seh euch gar nicht. Allein, allein. Wir sind bei den Hochhäusern. Wieso seid ihr schon bei den Hochhäusern? mir fliegt ja alles um die löffel und wieder ein schuss zum glück wert kann dass wir hier sind wir sind so taktisch es ist genau es ist aus mit dem der bau mit dem friendly das ist nur der m4 das ist a play 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 it's from 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 toy stop shop 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 so ich bin ich gehe hoch aufs hoch aus du gehst hoch aufs hoch hast du wärst runtergegangen ist aber auch sehr cool wenn wir mal so schuss wechseln ja er könnte robbie der schießen habe ich nichts dagegen sie ist jetzt wahrscheinlich auf dem vollen server und wir finden noch keinen ja das glück haben wir auch immer das glück haben wir immer player john locke hey der hat schon mit der locke der metall locke der hat eine tolle so wie der der zombie mit dem metallarsch ey wieso kack ich denn eigentlich wer ist dem super macht wieso kack ich eigentlich auf dem fußboden und hier sind überall toiletten ich bin ich auch zu welchen welches hochhaus seid ihr gegangen das hohe ich gehöre in das jachste und nehme ich mal die binoculars raus ich versuche dann mal auf das zweite das ist ganz anonym für meine eier in welchen hochhaus seid ihr in dem hohen das richtung lampen mit gericht im blauen einzelne also die sarkostischen sprüche könnte man jetzt auch mal sein lassen warum dann schauen wir noch mal so ich komme jetzt hoch schauen wir doch mal was es hier so zu töten gibt scheiße ist das ich bin auf der anderen seite jungs von euch nein chef du kannst du nicht auf der anderen seite sein du bist auch total unauffällig da oben also ja ja ich müsste mich mal ich würde mich ich würde mich nicht hinlegen oder so ich würde einfach da stehen bleiben ja das dämlich ist dass man mit den ferngläsern muss man sich stellen das ist ein bisschen kacke gemacht davon hier könnte ich vielleicht auch das andere gebäude sehen ich bin mir nicht sicher ich stelle mich jetzt mal hierhin wie kann das sein dass bei über 40 leute auf den zauber nicht einer an berenzino ist so warte ich sehe jetzt aufs gebäude wo aber schießt da ich habe nicht geschossen ich habe nicht geschossen ich habe geschossen das war keiner von uns das war eine das war auch keine musik glaube ich das war das war eine m4 die auf dem rücken ich weiß nicht das sport da glaube ich war das das war auf jeden fall keine m4 ich sehe da auch glaube ich was hinter uns im busch da wo wir hergekommen sind wo ist hinter uns hinter uns über die straße da ist so ein kleiner busch so eine buschreihe okay töten wir george busch ja okay können wir auch machen ich bin tot ich bin tot ich bin tot ich bin tot wirklich ach ne meine folge ist vorbei so freunde bis zum nächsten mal sagt mal alle fein tschüss ich finde es geil tschüss euer songi